Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Shannara. Shella, die Arme, liegt im Sterben. Sie wurde von dem Handlanger vom Brunner mit einem magischen Energiefeil, was auch immer, getroffen. Ein Full Minictus Donnerkeil. Und ja, wir müssen sie jetzt erlösen, damit nicht, weil sie vom Handlanger Brunners getötet worden ist, die Seele geraubt wird. Und deswegen müssen wir sie erlösen. Das wird aber noch nicht gehen. Wir müssen sie erst selber töten. Sie darf also nicht von der Hand des Bösen getötet werden, glaube ich. Du schlägst das Buch bei Erlösungszauber auf und beginnst den Spruch durchzuführen, aber die Worte vermögen nichts. Obwohl sie schwer verwundet ist und in Kürze sterben wird, kann das Ritual nur wirken, wenn es in den allerletzten Minuten im Leben eines Menschen durchgeführt wird. Ihr müsst zuerst mich töten. Beeilt euch. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Oh Gott, nein. Na gut, es geht halt nicht anders. Da die Gnome euch überrennen werden, lange bevor Schellers letzte Minute gekommen ist, stößt ihr das Schwert in den Körper. Innerhalb einer Minute wird sie tot sein. Du schlägst das Buch auf und versuchst die Worte des Rituals der Erlösung zu lesen. Vor deinen Augen verschwimmt alles. Du wichst ihr die Tränen fort und beginnst die Worte des Rituals zu sprechen. Ihr, die ihr vom Tode berührt, erhört die Worte, die ich spreche. Ihr, die ihr vom Tode geküsst, findet den Frieden, den ihr suchet. Oh, da kribbt jetzt sie da. Ihr, die ihr vom Tode gezeichnet, übergebt den Willen mir. Ihr, die ihr vom Tode gesegnet, eure Seele wird frei sein. Durch Schellers Körper geht ein Zittern. Dann liegt sie leblos da. Schellers jappst noch einmal und stirbt in deinen Armen. Als die Gnom-Armee euch erreicht, hältst du ihren leblosen Körper immer noch. Ah, das werde dir büßen. Hinter dir kommt an den Klippen eine zerrissene, blutige Hand aus dem Abgrund hoch. Dann eine zweite. Die Gnome haben uns gleich erreicht. Verteidige dich, Jack. Plötzlich seid ihr umzingelt und werdet von den vielen Gnomen gepackt. Da bekommst du einen kräftigen Schlag auf den Kopf und alles um dich herum wird schwarz. Haben sie uns schon wieder gefangen genommen. Stunden später kommst du langsam wieder zu Bewusstsein. Gefangene eingelocht, großer Schamane. Diese eine wir bringen zu Dämonen, Lord Gika. Mixel wissen nix. Wir bringen viel Macht. Andere wir töten. Was mit Wandler? Er sagt, will alle haben. Ohne Sklaven können Gnomen nicht Befehle geben. Gnomen nehmen Gefangene. Gnome bringen Gefangene zu Dämonen, Lord. Wir viel Macht bekommen. Wandler nicht hier. Wandler bekommen nichts. Du sehr weise, großer Schamane. Ich, größter Schamane von allen Gnomen, habe große Magie. Mit Reif ich vernichten alle Feinde. Nicht fürchten Wandler, lieber töten Wandler mit Reif. Vielleicht Gika eines Tages töten. Du nicht gut. Mächtige, nette, große Meister. Gika werden sein sehr gut. Wir gehen bereit machen für großes Opfer von Gefangenen bei Sonnenaufgang. Das war dieser Magische Reif, von dem die Rede war, wovon die Gnomen mir in Storlog erzählt haben. Und das ist jetzt eine blöde Stelle. Ich muss hier nämlich im Dunkeln agieren. Und ich habe nicht wie bei den alten LucasArts Adventures hier diese Was-Ist-Taste. Hier ist das Zappel-Duster. Vielleicht hat es auch etwas mit deiner Augenbinde zu tun. Du würdest sie ja gerne abnehmen, aber deine Hände und Füße scheinen gefesselt zu sein. Jetzt müssen wir hier an die Stiefel. Die berühren wir mal. Der Absatz eines rechten Stiefels scheint locker zu sein. Das ist da, ist der Absatz des Stiefels. Berühre das Absatz des Stiefels, den drücken wir jetzt. Als du gegen deinen Absatz drückst, fällt er ab. Und du kannst die spitzen Nägel sehen, die ihn gehalten haben. So, Absatz des Stiefels. Wie ging das denn nochmal? Zerschneide das Seil mit Absatz des Stiefels. Da ist es. Du reibst das Seil an deinen Handgelenken, an den Nägeln und schleuderst langsam deine Fesseln auf. Also da müsst ihr ein bisschen hier suchen, indem hier so lang geht, bis ihr die richtigen Sachen findet. Jetzt, da deine Hände frei sind, kannst du die Augenbinde abnehmen und die Fesseln an deinen Füßen lösen. Da, das waren die Zacken von dem Schuh, die Nägel, die ich genutzt habe dafür. Döh, 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 döh. Ja, draußen ist eine riesige Horde von Gnomen. Nach ihrem Schatten zu urteilen, müssen die Gnome kleiner sein als du. Aber sie sind wahrscheinlich besser bewaffnet und in der Überzahl. So, hier machen wir mal die Kisten auf. Ah, verschlossen. Das ist schlecht. Das raue Seil nehmen wir mal mit. Hut anziehen. Der Hut scheint ein zerschlissenes, schmutziges Überbleibsel eines Reißenden zu sein. In diesem Zustand würde ihn nur ein Gnom tragen. Ja, wir können hier erstmal nichts machen, glaube ich. Und gehen dann hier durch das Zelt durch, weil wir durch den Haupteingang nicht wollen. Du befindest dich irgendwo im Gnomenlager. Rechts ist das Zelt, aus dem du gerade geflüchtet bist. Und links ein weiteres, in dem ein Licht verkehrt. Direkt vor dir siehst du eine schwer aussehende Luke aus Metall. Da sind die gefangen genommen worden, meine Kumpane. Die Wachen da hinten scheinen dich noch nicht entdeckt zu haben. Trotzdem überlegst du, was Scheller tun würde, wenn sie jetzt bei dir wäre. Also wir gehen jetzt hier rein, müssen dafür aber hier das Zelt ausschneiden mit meinem Schuhabsatz. Also nicht nach Norden gehen und dann hier links rein in das Zelt. Als du auf das Zelt zugehst, stolperst du fast. Du bleibst stehen, um den Absatz wieder in deinen Stiefel zu setzen, bevor du weitergehst. Dem brauchen wir jetzt also nicht mehr. Als sich deine Augen an das Dunkel im Zelt gewöhnen, siehst du eine Person vor dir liegen. Auf einem kleinen Tisch liegt ein Dolch und überall liegen Sachen verstreut auf dem Boden. Hm, den rituellen Dolch, den nehmen wir mal mit. Und da ist der Schamane und da ist dieser magische Reif. Der ist wichtig. Ja, den sollten wir nicht direkt nehmen. Wir tun erstmal... Halt, Abbruch. Die Augenbinde. Knebel den Gnomenschaman mit der Augenbinde. Genau das machen wir, damit er keinen Alarm rufen kann. Als du den Schamanen berührst, schlägt er seine Augen auf und beginnt sich zu regen. Schnell knebelst du ihn mit der Augenbinde und flüsterst ihm zu. Ja, keinen Moks von sich geben. Er lehnt sich zurück und blickt dich wütend an. Da siehst du, dass deine Hand langsam nach dem Reif greift. Da darf er nicht dran, wegen der Magie. Deswegen nehmen wir uns den nur schnell weg. Du reißt dem Schamanen den Reif vom Hals, bevor er dessen Magie benutzen kann, um dich zu töten. Ja, und wichtig ist auch noch der Gehilfe von ihm, der dabei war. Eben in dem Gespräch im Dunkeln, wo wir gehört haben. Der meinte ja Schamanen, dass er irgendwann den Geeker, oder wie er hieß, umbringen wird. So, weil er nicht gut wäre. Und er meinte, doch, doch, Meister, ich werde sehr gut sein. Weil er Angst hat. Und das wird gleich noch wichtig sein. Das ist wie bei den Cis. Der Meister und der Schüler. So, jetzt haben wir diesen Magischen Reifen, mit dem wir andere töten können durch Feuer. Das ist wahrscheinlich ein irgendein Faxi aus Flammenstrahl drauf. Sachen des Schamanen können wir uns angucken, aber alles nicht mitnehmen. Der Schamane hat sein Berufswerkzeug um sich herum verteilt. Manches sind Erinnerungsstücke, aber die meisten Dinge haben magische Fähigkeiten, oder zumindest sind sie geeignet, um die Gnome das Glauben zu machen. Tja, einen Teppich können wir mal betrachten. Tierfell. Auf jeden Fall können wir da nichts machen. Und jetzt quatschen wir mal mit dem. Der Schamane, der geistmilitärische Führer der Gnome, liegt ausgestreckt auf einem kurzen Bett. Zur Zeit ist er mit einem augenbindigen Schneebild. Da können wir gar nicht mit dem reden. Wir tun dir das mal fesseln. Du wickelst das Seil um den Schamanen, ziehst es fest, bindest seine Arme an den Körper und verknotest das Ganze. Damit dürfte er einstweilen außer Gefecht gesetzt sein. Hinter... hast erfüllten Augen an. Okay, wir haben einen Schlüsselbund, der ist wichtig. Ich glaube, der war für die Thron. Du schließt die Kiste mit Stahlbändern auf. Öffnen wir die mal. In der Kiste findest du alle von Brendels, Davios und Telsecs Sachen. Mit all den Ächsen, Schwertern und anderen Waffen ist die Kiste zu schwer für dich allein. Du lässt die anderen Sachen in der Kiste, bis du weißt, wie du sie transportieren kannst. Mach mal die andere auf. Halt. In der Kiste findest du all die Sachen, die du bei dir hattest, als die Gnome dich fängen. Als du an die Schlacht denkst, musst du auch an Scheller denken. Schnief. Aber bevor du wieder von diesem Verlust überwältigt wirst, bemühst du dich, dich auf die bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Ja, das werden wir tun. Aber wir haben wieder alle Sachen beisammen. Das ist sehr gut. Plus drei zusätzliche. Dann gehen wir jetzt mal zurück wieder in das Zelt. Geben reif jetzt, Mensch. Oder ich holen Wachen. Bei näherem Hinsehen wird dir klar, dass der Schamane ermordet wurde. Ja, von seinem Gehilfen. Der Hauptverdächtige ist der Gnome, der genau vor dir steht. Du warst doch böse. Nicht gut bist du. Tja, dann quatschen wir mal mit dir. Warum hast du den Schamanen getötet? Gekka, jetzt neuer Schamane. Du geben reif. Dann Gekka, sein sehr mächtig Schamane. Ich gebe dir das Reif erst, wenn du mir geholfen hast. Erst geben reif. Dann Gekka, helf. Ja, so sehe ich aus. Dann bringst du mich um. Wir brauchen eure Hilfe, um Bruna davon abzuhalten, alles zu zerstören. Gekka kann auch sehr mächtig werden, wenn er uns hilft. Was du meinen? Gekka schon sehr mächtig. Wir haben ja von den anderen Gnomen erfahren, dass die alles mehr, die wollen unbedingt mehr Macht haben. Du kannst den Reif haben, wenn du uns hilfst. Gekka holen Wachen. Wachen holen Gefangene. Gekka kriegen Reif. Hm. Ich werde den Wachen erzählen, dass du den Schamanen getötet hast. Gekka nicht töten Schamane. Schlechte Gefangener töten Schamane. Wachen dich töten für töten Schamane. Gekka sein guter Gnom. Hm. Mistkerl. Ja, ich kenne etwas, was dir noch mehr Macht geben wird als der Reif. Das ist wichtig, weil wir haben ja erfahren, dass es diesen Helm gibt, so, und den Helm der Macht, der keiner weiß, wo der genau ist. Reif haben mächtige Magie. Wie etwas können sein mächtiger? Du erzählst ihm, dass du weißt, wo man den Helm des Befehls finden kann. Du wissen? Wir sagen, wo finden. Du sagst, Gekka, dass sich der Helm des Befehls im Saal der Könige befindet. Und dass du und deine Freunde dorthin gehen werden. Mich nehmen mit. Gekka finden Helm des Befehls. Du sagst, Gekka, dass du einverstanden bist, ihn zum Saal der Könige mitzunehmen. Aber nur, wenn er euch hilft, zu flüchten. Du geben Reif zu Gekka. Gekka geben Möglichkeit zu öffnen, Loch. Warum willst du so mächtig sein? Niemand sagen Gekka, was sollen tun. Gekka sagen andere, was sollen tun. Ja, Jaja Binks. Mixe wie Snicks. Ich werde dir den Reif geben, nachdem meine Freunde und ich flüchten konnten. Gekka behalten, Öffner für Loch. Müssen Gekka mitnehmen. Ja, dann nehmen wir ihm mit. Wichtig ist, dass er hier diesen Griff hat. Mit dem können wir nämlich hier in dieses Loch rein, können diese Metallluke aufmachen. Das machen wir aber erst im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.